ja mitte leute und ein herzliches willkommen zurück auf dem kanal heute part 11 das ist part 8 es stand jetzt schon öfters in den kommentaren zu diesen videos ich sage in den videos immer welchen partners gerade anschauen nämlich welcher part das ist weil das es könnte sein je nachdem war nicht dass die ganzen sachen aufnehmen dass ich gar nicht weiß welcher part das gerade ist deswegen immer wenn ich die partanzahl sage meine ich der best of part weil es wenn ja ein paar videos zwischen drin deswegen ist eines der größer als die andere will mit dir bescheid ist absatz davon stream heute abend gegen 19 30 denke ich mal legen wir los recht bisschen später vielleicht bisschen früher kommen wir auf den discord da ist es dann gepinkt sobald ich online komme und ja wir sind schon jemand der nicht gerade aussieht wie reiner winkler aber schauen wir mal was er uns in dem drachlautbestof zu sagen hat sie haben den ganzen hielt und die ablehnung verdient glaubt man mir aber ich bin wirklich sehr ordnerisch organisiert immer also es gibt zwei arten von menschen ja es gibt die schnellspritze und es gibt die nervosität bei manchen leuten meine freunde hat sich letzte woche nicht beschwert als ich sie durch das sage ich lieber jetzt nicht genauer aber ihr wisst was ich meine ja mein freund hat sich nicht beschwert letzte woche ich versichere euch mein pillermann funktioniert optimal achte ein bisschen auf die rechtsschreibung weder der blinde spricht von farben natürlich hat es seine freunde letztens nicht beschwert ja wenn ich existiert kann sich ja schlecht über irgendwas beschweren oder ich als legaszeniker hasse es wenn jemand rechtschreibfehler macht und es auch noch aussieht dass wir jetzt offensichtlich das kann nicht ausstehen wenn es wirklich gott und jesus gibt das sind sie beide riesige arschlöcher gott ist lästerer mir scheißegal gott ist ein wichser gott ist ein fieses kind mit einem brennglas auf einem ameisenhaufen und ich bin die ameise wie gesagt drei der vier ja 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 das gleiche und ich nehme dazu momentan also auch wenn mir das immer gesagt wird ich glaube gar nicht ich glaube nicht hat ich glaube tatsächlich nicht dass ich so dass ich so zunehmen kann weil dafür ernähre ich mich dann doch noch zu naja verhältnismäßig noch zu müssen das gleiche nämlich irgendwie so und da habe ich eine nutella dieser fast leer die benutze ich normalerweise auch nicht dass ich erst mal was kann ich normalerweise nicht im gegensatz wieder er erzählt von ihm was ungesunden und sagt dann sofort ja eigentlich das gar nicht aber das ding ist schon wieder leer und da ist bei ihm so griffbereit steht glaube ich ab jetzt löffeln und das rein ich gut zunehmen kann das mal dem heutigen reiner einer von 216 oder warum er das war ich bin ich ein erwachsener mann der erwachsenen lebt auch wenn ihr das anders seht aber vermutlich hast du dein ganzes leben noch nie gearbeitet und weiß nicht mal wie ein vertrag aussieht ganz zu schweigen davon dass du einen vertrag überhaupt unterzeichnen können ist übrigens war das die letzte e mail von dir ist nämlich jetzt gesperrt ulyse bist du nicht mal in der lage mir länger als einmal ein e mail zu schreiben wenn er selbst solche sachen nehmen muss wenn er selbst solche sachen nehmen muss aber du kannst nicht mal mit zweimal überschreiben der jetzt mal oder bei der fische was soll das und genau wie ich dann nicht so viel ja ich könnte viel mehr kohle machen und viel mehr verdienen und viel mehr was weiß ich reißen wenn ich hergehen würde und jede woche fünf mal streamen würde oder zehn mal streamen würde am besten jeden tag zwei dreimal mehr zweimal die woche zweimal im tag die woche streamen während der woche also zweimal jeden tag in der woche das wäre dann in der woche 14 tage also 14 mal stimmen nicht 14 tage zwölf tage quatsch sind zwei wochen das heißt wir hätten 14 mal stream in einer woche zunächst mal ist es alles freiwillig was du bezahlst damit du so dumm bist du bezahlen ist es deinem es ist dein problem wenn ihr mein stream nicht gefällt aber ich könnte mir vorstellen das war schon beim ruhe bei placement wo gefragt wurde ja würdet ihr reiner auch einstellen als produktbewerber also wenn du schon solche sprüche hört naja wenn du so dumm bist und das kaufst ist doch nicht mein problem so danke reiner danke das nenne ich das ist per management von der reinsten sorte dass wenn man dass man salz in der luft wahrnehmen kann mit der zunge wenn man sich darauf konzentriert jeder einzige spammer von euch ist ein riesiger menschenabfall vielleicht liebe ich deswegen den metal auch so im gegensatz zu anderen musikstilen haben eine metal akzeptanz die man woanders einfach nicht findet und könnten wir mal das habe ich auch schon öfters so angesprochen und umso mehr clips man davon hört um so ja genauer wird auch diese annahme einer hat den metal nicht gehört oder war in dieser melde szene zugange weil die musik so abfeiert oder ähnliches vielleicht auch ein bisschen aber nicht nur deswegen und einfach weil es eine szene war wo er anschuss gefunden hat ich glaube darum ging es näher damals weil überall anders hat quasi angeeckt und im harten metal hat er dann doch ein paar berührungspunkte gehabt alle rieter lektoren melden dankeschön wenn die alle mal bitte reiner fiktiere melden dankeschön das war damals so witzig auf juno leute die sich einfach nah gegeben haben 50 likes rein das hat ihm nicht geholfen so wirklich und einfach witzige namen das geht leider heute alles gar nicht mehr reiner fikt ramona könnte bitte auch mal alle melden reiner fikt fährt flu könnte auch mal melden bitte so wedelt man sich einen für alle jungen ja ich finde es nur schade dass ich meinen anderen ring nicht mehr habe aber der den habe ich mir damals dass mir den gekauft habe mir den geschworen dass ich den der person gibt mit der ich meine erste nacht verbringen das habe ich auch gemacht und ich bin also seine erste nacht in sehr 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 großen anführungszeichen war mit der prostituierten wo es halt nicht geklappt hat okay sie hat also den ring bekommen wo sich geschworen hat den ist das ding ist einfach ein erzählt so viel auch vor allem zu der zeit er war nur am labern monolog hier monolog da weil er damals keiner wirklich unterbrechen konnte und er hat so viel zusammenhang so scheiße gelabert das merkt man erst so richtig wenn man sich so bestops anschaut und diese aussagen nicht tage auseinander liegen oder mehrere streams oder monate teilweise sogar oder jahre sondern und dann peu a peu aneinandergereiht wurden was für eine scheiße eigentlich gelabert hat über die jahre ich bin doch nicht dafür verantwortlich wofür du dein geld ausgibst also gib nicht mir die schuld für dein versagen und ich akzeptiere auch die tatsache dass ihr nicht perfekt seid und jetzt kommt wahrscheinlich irgendjemand ich bin aber voll perfekt ich hab voll viel kohle ich verdiene das und das ich mach das und das ich hab nur eins in der schule gehabt und weiter was bringt dir das in deinem weiteren leben weil wenn ich daran merkt man mal woran reiner erfolg ausmache an bildung und geld haben wer würde mich immer mit dem bier in der flasche rumlaufen ist das geilste ist ja immer dass die lappen selber nicht damit wissen dass sie lappen sind im gegenteil die glauben ich bin der lappen die einzige sache wo ich abhängigkeit akzeptiere und wo ich momentan verfallen bin dass meine freundin muss ich immer daran denken was mein vater zu mir gesagt hat als ich klein ich weiß gar nicht was wie man das sagen soll weil es ist ja eigentlich richtig richtig traurig ich meine der mann er hat sich jahrelang oder mehrmals in den jahren eingeredet dass seine freundin hatte der hat von personen gesprochen die nicht existieren einfach nur um im internet irgendwie angesehener zu sein das ist schon echt hart ein war du kannst dumm sei reiner aber du musst dazu helfen wissen und wieso schaut mein gamepad eigentlich so ranzig aus ohne scheiß das mache ich ich mache das sauber und kaum hab ich das in der hand hat es wieder überall schlieren ja ja ich bin 30 ich bin ungefickt und du bist der idiot dass ich hier gerade anstehe wie sonst was ich schenke gerne also ich verschenke gerne aber ich hasse es selber geschenke zu bekommen eigentlich könnte man jetzt überlegen wenn man der viel geld gibt und die fair weiblich ist ob das irgendeine anspielung sein soll vor allem wenn man bedenkt wie die immer rum stöhnen du bist ein phänomen in auch wieder kann man gut darauf schließen auf was wir an sozialen level reiner ist oder zur zeit und immer noch auf jeden fall zu der zeit war deutschland ich bin ein phänomen der menschheit meinst du und zu mir gefahren du dummer wichser und lernt erst mal die uhr geht zur mama und sagt ihre erziehung hat versagt das wird ihr noch mal die uhr beibringen wo ist dein hals fragt deine mama wir haben deine mutter gestern bis auf eine kleinigkeit den song fertig geschalten fertig geschalten fertig geschalten quatsch fertiggestellt und wir haben ebenfalls das video fertig geschalten oder fertiggestellt ich schaue mir sachen an und schaue mir die auch an außerdem kleiner tipp wenn du schreibst bitte alle deabonnieren verleidest du mehr als 50 prozent mindestens dazu dass sie erst abonnieren weil es umgekehrte psychologie ist meistens oder sich auch sowas auswirft wir sind damit 80er jahre das ist so meine zeit gewesen in der schule und so einer war in der schule ungefähr 1993 und mit sechs geht man in die erste klasse 1995 ungefähr plus minus ein jahr je nachdem und erzählt dass die 80er seine kindheit waren ich glaube ich bin wirklich der einzige live streamer und der einzige youtuber der schlechtes gewissen hat und die leute im master naten was würdest du gott fragen wenn er echt wäre nein würde fragen warum er so ein dummes stück scheiße ist warum er so ein bastard ist viele sagen ja immer ich habe weniger macke und so ich bin aber ganz ehrlich immer auf youtube wirklich was reißen zu können muss man das fast sein was hast du gearbeitet nach ich habe schon fast alles gemacht von fliesen legen bis hin zum maler heizungsbau und was weiß ich alles und das sind jetzt nur die sachen vom bau ich habe schon ganz andere sachen auch gemacht es geht darum dass ihr keine ahnung habt wie das ist wenn man so in der öffentlichkeit steht man kann nicht mal irgendwo ein furz lassen ohne dass es irgendeine gleich wieder irgendwo postet wenn wir schon dabei sind übrigens sehr charmant aber zur sache noch mal mit seinen ganzen jobs und so weiter ich glaube rheinland spricht alles nur aus es kann gut sein dass er mal auf dem bau gearbeitet hat das weiß ich es ist jetzt aus dem kopf nicht aber wenn er sagt euch formaler ich war heizungsbau dingsbums dann wird der hilfsarbeit gemacht haben er wird dem wirklichen arbeiter der das wirklich gelernt hat den hammer gehalten haben dass ich falsch an aber oder irgendwelche bretter hochgebracht haben oder diegel hoch was weiß ich aber der wird niemals da bin ich mir schon fast sicher wirklich solche arbeiten eigenständig verbracht haben beruflich sein wohn hängt im moment steht er scheiß erzählen ist ja auch kein beruf und du bist definitiv ein doktor in dem titel nächstes jahr mal ein neues bett freundin in 321 ist jetzt durchgefügelt mittlerweile kann man sehen lassen als win für mich vielleicht liegt aber auch einfach daran dass ich einfach mensch bin mit gehören und daran denke oder erst mal denke bevor ich handle wobei streich das letzte der mensch ich denke einfach über solche sachen besser nach ja nur wenn wir jetzt rbs selbst wenn ich wüsste wo er wohnt oder wenn ich weiß wo er wohnt oder da ich weiß wo er wohnt wie auch immer das glaube ich nicht reich der tod das freue ich euch nicht 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 den ersten abgemurkst wenn ich dich gekillt habe er will klar er will klar streien also macht euch drauf gefasst aber dieses herr wegen klar das ist wirklich also dass das wirklich mein der besuch war wann bei 18 oder so ich meine schon so um den dreh und es ist einfach immer noch wirklich in aller heiter munde schwar lieber drauf und sei froh wenn du mir nie über den weg laufst sonst mach ich Jagd auf dein Lappen Säckchen du bist ein Buße du bist zu bleiben dankeschön danke auch ciao Rainer jeder der holt die ich würde diesen besuch so gerne auf youtube schauen aber man wird sofort wenn man einen besuch hochlädt so wird es weggemittelt das ist sehr sehr schade also ganze besuche ne nicht nur so kleine schnipsel ich weiß noch nicht wonach man da suchen sollte und so weiter habe ich dieser besuch von ihm ne wie Rainer da nachts mitten in der nacht einfach rum brüllt obwohl die gar nicht wirklich geschrien haben es ist einfach es ist das perfekte gewesen wirklich ein sehr sehr schönes besuchervideo der über mich lacht jeder der heute scheiße über mich macht wegen mir macht bei mir macht oder irgendwo anders über mich verbreitet wird in der Hölle landen und der Teufel wird mein Gesicht tragen darüber solltet ihr mal nachdenken wollt ihr wirklich den Rest eurer Ewigkeit von mir gequält werden lieber nicht lieber nicht wenn ich mal vorher komm wirklich in die Hölle und da ist einfach wie ich das riecht von Rainer oder einfach Rainer selbst der einfach zum was weiß ich der Folterer aufgestiegen ist oder so naja das war Part 11 also Part 8 ist das hier glaube ich also wirklich ne wenn man das so es ist das Ding bei Rainer ist halt immer er hat so viel ins Internet gekotzt so viel Leaks gibt es so zwischen diesen Aussagen liegen teilweise 10 Stunden Videomaterial aber wenn man die Sachen wirklich so peu a peu einfach in die Fresse bekommt dann wirkt das wirklich echt verstörend naja ich würde sagen vielen Dank fürs Zuschauen danke an jegliche Art der Interaktion mit dem Video sehr sehr cute ich denke gerade am Stream würde mich sehr freuen wenn ihr dabei seid und dann sehen wir uns beim nächsten Video Mach da rein